Warum sollte man Shiatsu in Anspruch nehmen? Weil Shiatsu nicht nur den Körper behandelt, sondern auch deinen Geist. Und gerade in der heutigen Zeit sind wir mit so vielen Faktoren konfrontiert, wir haben so viel Stress, wir haben eigentlich verlernt, was es bedeutet, loszulassen und sich fallen zu lassen und zu entspannen. Und genau da beginnt Shiatsu anzusetzen. Und desto regelmäßiger wir Shiatsu anwenden, also Behandlungen machen, desto effektiver kann es sein. Es ist wie mit der Äußerlichkeit. Wir gehen zum Friseur, wir gehen duschen, wir achten auf unser Äußeres und genauso wichtig wäre es auch, auf unser Inneres zu achten. Wir brauchen regelmäßige Reinigung, wir brauchen Erholung auch für unsere Organe. Und genau dafür ist Shiatsu extrem gut. Wir brauchen mehrmals verteidiger לא genäß. Genau da ging 너무 deswegen zumarnauer. Wir brauchen mehrmalsbaute 적이, es braucht uns 레� Den jetzt waren wir Sausen, wir brauchen eine große Überzeugung. Aber Thor Koolikin kommen da, wir brauchen Donald speziell nicht mehr- Sie schon im Bedrohung. Wir brauchen die lovelyervation der Gefuk Realm. Und dafürferuelle Odin Sie den comfortabledephan 달�atan. Und dafür десят Então, bis zum Schissch relaxing. Vielen Dank.